Boom Wackers in der Kita, im Kindergarten, in der Grundschule, in der Früherziehung oder in der Geragogik. Das neue Buch Boom Boom Basics von Elmar Rinderer liefert Ihnen neben Grundlagen kunterbunte Ideen von einfachen Spielen über Rhythmusverse und Spielmitstücke bis zur Liedbegleitung mit drei Akkorden. Das Buch stellt Ihnen einfache Spieltechniken und Einsatzmöglichkeiten der bunten Rohre vor. Im Fokus steht dabei zunächst das Kennenlernen unterschiedlicher Klangmöglichkeiten und das Erfassen eines Grundschlages. Mit verschiedenen Rhythmusstücken und Sprechversen entdecken die Kinder unterschiedliche Rhythmen und setzen diese zunächst mit Buddy Percussion und dann mit Boom Wackers um. Begleiten können Sie diese Ideen mit Grooves in drei verschiedenen Tempi, abrufbar über die Helbling Media App. Mit den im Buch enthaltenen Spielmitstücken werden die Kinder direkt zu den mitgelieferten Audioaufnahmen aktiv. Sie spielen nach einem festen Ablauf. Dies schult ihre Aufmerksamkeit, Konzentration sowie Rhythmusgefühl und Formempfinden. Beim Kennenlernen der benötigten Akkorde bzw. Boom Wacker Gruppen helfen Farbpunkte der einzelnen Töne sowie Akkordkarten. Diese finden Sie in der Helbling Media App zum Herunterladen und Ausdrucken. Die Akkordkarten erleichtern die Vorbereitungen für das gemeinsame Musizieren und helfen den Kindern, die richtigen Töne für ein Spielstück zu finden. Sie wollten schon immer einmal wissen, wie Sie Lieder aus einem Liederbuch mit Boom Wackers begleiten können? Boom Boom Basics liefert Ihnen dafür alle Grundlagen, die Sie benötigen. Ob Lieder mit einem Akkord, zwei oder drei Akkorden? Mit dieser Anleitung gelingt die Umsetzung spielend leicht. Vorübungen mit Body Percussion helfen den Kindern bei der Umsetzung mit den Instrumenten, sodass der Umstieg problemlos gelingt. Alle Videoaufnahmen, gesungenen Aufnahmen und Playbacks sowie Kopiervorlagen finden Sie in der kostenlosen Helbling Media App. Der Code für die Inhalte ist vorne im Buch abgedruckt. Boom Boom Basics liefert Ihnen den perfekten Einstieg in das elementare Musizieren mit den bunten Rohren. Also an die Rohre, fertig, los! Das Buch ist im Fachhandel oder unter helbling.com erhältlich.